Ich habe einen Hunger! Ich habe keinen Hunger. Das hat er schnell draußen gehabt. Küche, gell! Wenn er macht, er hat einen Hunger, sitzt er da und flitscht. Er hat schon wieder Hunger. Ich glaube, er ist wieder weg. Er merkt nicht, dass er sofort ist. Jetzt wartet er, dass er noch etwas bekommt. Nein, jetzt ist es schon genug. Jetzt ist es genug. Du bist ja mein Schatz. Der Lexi erinnert mich. Wenn wir das Essen mitnehmen müssen. Ich habe wieder wedelt. Die Küche ist sein Lieblingswort. Da haben wir Freude, gell? Das ist so süß. Hoppa! Zeig dir der Herr denen, dass du da bist. Was machst du für Stoßtrauma? Wie schnell die Fischeln draußen haben. Küche ist Essensort. Wie schnell die Fischeln draußen haben. Küche ist Essensort. Das sieht man. Nein, er ist... Er weiß, was er ist. Er ist von der Kör... Er ist schon kleiner als der Spidi. Von der Kinn her. Er ist und sucht er. Kann es aber nicht. Hoppala. Braat. Spidi Braat. Braat. Das ist ein super Spidi. Mein Bester. Puppi-Puppi-Stats. Haben wir verloren? Die Bucca. Haben wir verloren, meine Cine Bucca. Nein, es ist super tolle Hunde. Das ist so. Hm? Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so.